Der VfL Wolfsburg ist angeblich an einer Verpflichtung von Patrick Helmes von Bayer Leverkusen interessiert. Das berichtet der Kicker in seiner Montagsausgabe. Demnach ist der 26-jährige Angreifer der Top-Kandidat von Wölfe-Manager Dieter Hoeneß für die Nachfolge von Edin Dzeko, der Anfang Januar für rund 35 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist. Hoeneß selbst wollte die Gerüchte um Helmes nicht kommentieren, kündigte aber allgemein an, wir werden wohl noch einen oder zwei verpflichten. Als weitere Kandidaten in Wolfsburg werden seit längerem Papi Sissé vom SC Freiburg und Sridjan Lakic vom 1. FC Kaiserslautern gehandelt. Die geplante Vertragsverlängerung von Trainer Michael Skibbe bei Eintracht Frankfurt nimmt immer mehr Form an. Am Samstag erhielt Vorstandschef Heribert Bruchhagen vom Hauptausschuss der Fußball AG grünes Licht für konkrete Verhandlungen. Seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer weiteren Zusammenarbeit hat es Kippe zuvor schon während des Wintertrainingslagers in Beleg signalisiert. Verhandelt wird nun lediglich noch über Vertragslaufzeit und Gehalt. Bis zum 30. Januar soll Skibbes neuer Vertrag dem Aufsichtsrat in Frankfurt vorliegen. Florian Mayer hat in der ersten Runde der Australian Open für eine Überraschung gesorgt. Der 27-Jährige aus Bayreuth bezwang den an Nummer 23 gesetzten Russen Nikolai Davidenko mit 6 zu 3, 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4 und bestätigte damit seine erstklassige Form zu Jahresbeginn. In Runde 2 trifft Mayer nun auf das japanische Talent Kei Nishikore. Auch die deutschen Philipp Kohlschreiber, Andrea Petkovic und Julia Görges haben in Melbourne die zweite Runde erreicht. Im rhein-deutschen Duell besiegte Kohlschreiber Tobias Kamke mit 1 zu 6, 4 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 4. Ausgerechnet die Los Angeles Clippers haben in der NBA die sieben Spiele andauernde Siegesserie der Lakers beendet. In einem heiß umkämpften Stadtderby gewann der Außenseiter im Staples Center am Ende mit 99 zu 92. Topscorer der Clippers war Eric Gordon mit 30 Punkten und 6 Assists. Sein Teamkollege Blake Griffin schaffte mit 18 Punkten und 15 Rebounds sein 26. Double-Double in Folge. Lakers-Star Kobe Bryant war mit 27 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft. Im zweiten Spiel des Sonntags gewannen die San Antonio Spurs gegen die Denver Nuggets mit 110 zu 97. Topscorer dieser Partie war Tony Parker mit 30 Zählern. Die New York Jets haben in der NFL für eine Überraschung gesorgt und den Superbowl-Favoriten New England aus den Playoffs geworfen. Bei den Patriots gelang den Jets dank einer starken Defensivleistung ein 28 zu 21 Sieg und damit der Einzug ins AFC-Finale gegen die Pittsburgh Steelers. Neben der Verteidigung der New Yorker zeigte auch Quarterback Mark Sanchez mit drei Touchdowns und 194 Jets Raumgewinn eine herausragende Leistung. In der NFC kommt es zu einem Finale zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers. Nachdem sich Green Bay in Atlanta das Finalticket sicherte, schafften am Sonntag auch die Bears den Einzug in die nächste Runde. Gegen die Seattle Seahawks kam Chicago zu einem ungefährdeten 35 zu 24 Erfolg.